Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Global Space Program. In der letzten Folge haben wir hier angefangen, dieses Monstrum zum Testen zu bauen. Das ich dann in die Oberfläche begeben soll zum Testen der Stroh oder wie gut wir produzieren können da unten. Im Grunde tun wir jetzt gerade nur weitere Stromversorgungspunkte nur anbauen, dass wir halt dementsprechend auch Strom versorgt haben die ganze Zeit. Sie sollten nicht auch gut Strom halten. Und da ich es überall anders vergessen habe, ist es vielleicht gar nicht doof. So, kann ich da unten rein theoretisch einen Antrieb reinsetzen? Oh lol, ich habe gerade das Spiel verlassen. Lol, bin wieder da. Rein theoretisch kann man hier unten ja diesen fetten Antrieb reinsetzen, aber der bringt sich natürlich nichts. Weil ist Kacke. Ich kann wahrscheinlich die verbauen. Die bringen 700 ms, das ist schon mal gar nicht schlecht. Tun wir erhöhen. Und tun die Aufhängung auf simpel machen. Dann passt es da da rein. Und die Mitte kommt noch einer. So. Okay, ich kann die aber auch noch. Okay, gut. So, dann tue ich dich nicht noch. Ein bisschen in der Höhe verstellen. So. Die haben 700 ms auf jeden Fall. Und wie viel Kraft 43 sgv? Ja, das reicht ja locker und drei Tage. Schauen wir nochmal, dass irgendwo ein Liquid-Foxygen-Oxidator drin ist. Perfekt. Weil sollte rein theoretisch das Ding auch so landen können. Dann brauchen wir das oben gar nicht. Das kann natürlich zum Abtransport oder zum Docken von kleinen Satelliten gelten. Schauen wir mal. Aber das Ding soll rein theoretisch selber landen. So. Jetzt hätte ich gerne hier unten ein Separator. Genau. Wir schalten aber hier die... Den Mantel aus. Weil der ist wurscht. Dann brauchen wir unter Struktur... Aber wir werden in Zukunft so viel horrormäßige Strukturen bauen. Ich sag's euch jetzt schon, ne? So. Und dann... Oh Gott, wie groß ist denn das Teil eigentlich? Kriegen wir da überhaupt was in der Größe hin? Scheint so. Okay. Die Verpackung steht. Jetzt kommen noch die Struts. Hält. Gut. SS haben wir nicht verboten. Äh. Da werden wir einfach... Kontrollrädchen wieder dran setzen. Schaut zwar kacke aus, wie immer, aber... Interessiert doch keinen. Hauptsache das Ding fliegt am Ende. So. Also wie gesagt, das ist ja nur eine Testplattform. Muss ja wieder schön ausschauen. Es soll funktional sein und testbar. Dann brauchen wir Treibwerke. Triebwerke. Dran da. Vergrößern und vielleicht mal... Wo, schauen wir erstmal. Wie viel Treibstoff hast du denn drin, wenn wir die jetzt hier... Wo ist es geil? 1900 und Minus rum. Ja, aber Minus sind wir nicht. Wir fangen bei Körben an. Ah ne, das wollte ich nicht so politizieren. Aha. 2000. Okay. Wir tauschen mal kurz den Antrieb. Wir bauen jetzt einfach nicht in einem massiveren Scale. So. 3700. Das passt auf jeden Fall. Dann kriegt es noch Electric dazu. Nochmal eigene Solarpaneele für den Flug. Ne, da tun wir andere Verwandten, dann über die Verpackten. So. Dann brauchen wir eine Dicopleure. Der schön großer ist der falsche. Das sind alles die falschen. Wo sind die richtigen Größen wieder? Hallo? Was ist denn das für ein komisches Teil? So. Und jetzt muss natürlich noch eine Fette-Rakete drunter. weiter. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, das war der falsche Angriffspunkt. Oh fuck. Okay. Gut, alles noch dran. Dann brauchen wir jetzt Treibstofftanks. Große Treibstofftanks. Scale. So. Und dann. Natürlich vielleicht die Farbe ändern. So. Von der Höhegröße doch ganz gut. So. Und dann Triebwerke. Tust du das, wenn ich dich da drunter tue? 2.900 MS. Aber nicht genug Schub. Dann werden wir dich mal gegen einen aufgepumpten Antrieb von hier austauschen. 2.8 mit 1.5. Das wäre doch schon mal genial. Damit sollten wir weit kommen. Antriebsstärke tun wir natürlich auch nochmal. G2-Zündungen, wenn notwendig. Der Antrieb soll genügend haben, auf jeden Fall. So. Und dann kommt natürlich nochmal die Kopplung seitlich hin. Die sind zu klein. Bigger Scale. Und dann hochscrollen. Ah ne, warte mal. Ich vergesse das jedes Mal, dass die hier drunter sind. Warum bin ich so dumm? Scale. Passt besser. Und dann kommt dann noch eine aerodynamische Nase drauf. Das ist perfekt. Wie schon haben denn die? Auch genügend eigentlich. Aber wir tun beides gleichzeitig zusammenzünden. Dann sind wir schneller unterwegs. Dann tun wir Struktur hier noch dazu. Sollte halten. Gut. Dann denke ich mal, sollte das aber auch gut funktionieren schon. Ich glaube, dann tun wir gleich mal hier oben die Nutzschale drauf. Wo ist sie denn? Recolorable. Uh. Open Recoloring UI. Oh. Das finde ich cool. Okay, close. Dann würde ich sagen, das ist die Test Station One. Test Station One. Minimus. Einfach damit wir wissen, was es ist. Ah, lol. Ihr habt mich auch nicht daran erinnert, dass ich vergessen habe, die Dockstation zu machen, dass man tanken kann notfalls. Äh, und was sind die? Unter was fällt die Tanknozzle wieder? Unter was fällt die Tanknozzle? Wir wollen ja tanken können mit dem Teil. Rein theoretisch. Fuuuuck. Wenn ich wüsste, zu was das gehört wieder, dann wäre das um einiges schlauer, ne? EVA-Attempts. Sicher doch da. Ne, da ist die Grundstruktur. Körperattachment. Da. Doch, oder? Ja, hier. Nehmen wir die Ferien auf, bitte. Das kommt hier hin. Auf die gegenüberliegende Seite, wenn man es braucht. Docker. So, speichern. Und direkt auf Start fällt, damit wir sie wenigstens noch in Outfit kriegen, bevor wir diese Folge auch wieder beenden müssen. Wird ja auf jeden Fall spannend. Schauen wir mal, wie das wird. Aber wenn die Tests gut laufen, und wir Treibstoff herstellen können, ist das auf jeden Fall auch Anzeichen, dass wir da, äh, Leben und alles erhalten können. Wenn wir Leben erhalten können, können wir die ersten Strukturen runter senden, in der Zukunft mit K&K am besten. Äh, wo wir auch Essen herstellen, und Sauerstoff haben wir natürlich die Produktion durch Wasser. Was natürlich sehr praktisch ist, und dann können wir da ordentlich was herstellen, würde ich sagen. Wir müssen halt vielleicht in Zukunft ein bisschen Vaporize, also Vaporize-Fans auch herstellen, dass wenn wir, keine Ahnung, irgendwas überproduzieren, das auch wieder abpumpen können, ansonsten müssen wir es sich dauernd abtransportieren, das ist ja auch nicht das Sinn am Ende. Ich höre es schon, aber ich sehe nichts. Und wir starten natürlich wieder im Schwarzen, was uns natürlich schwer macht, die Nase zu sehen, aber, ich würde sagen, 3, 2, 1, Lift-Off. Ich finde es cool mit den neuen, mit den Shadern, mit den neuen, von dem Waterfall-Mod. Der macht auf jeden Fall einiges her. Ich gebe noch ein bisschen Boost oben drauf. Damit wir auch schneller werden. Und wir sind bei 1,8, 1,3, 1,4. Es tut mir leid, dass wir schon wieder Nacht starten. Ich habe keine Ahnung, was ich mit Nachtstarts habe, aber irgendwie bin es ich. Ich will in Zukunft vielleicht auch ein bisschen die Art des Let's Plays ändern, um ein bisschen mehr Fortschritt zu schaffen, weil ich baue doch immer ordentlich Zeit dran und das interessiert euch ja weniger. Bedeutet, ich würde schauen, dass wir vielleicht einfach jede Folge sozusagen einen Flug vornehmen und ihr nur noch die Flüge und die ganzen Operationen mitkriegt, aber nicht mehr wirklich den Bau, weil, ihr habt es jetzt zum Beispiel jetzt gesehen, das hat mich jetzt zum Beispiel noch mal eine Runde mehr dafür gestimmt, und ich baue Ewigkeiten dran und dann habt ihr eine Folge, wo wir ein bisschen was starten und dann die nächste Woche fliegen wir Missionen und dann bauen wir den in deiner Woche. Das ist auch nicht das Ziel. Uh, wir weichen vom Ziel ab. 11.000, wir müssen weiter runter. So, ja, geht gut. Wir fliegen gut. Und da ist die Sonne wieder. Detaching. Ah, der Sound ist gut. Werdet ihr das? Dieses Knistern? Mega geil. Wir sind auf 25.000 Meter. Ist auch wieder ein Kiel. Ah, da ist der Mond. Hallo, Mond. Wir fliegen in die Sonne rein auch. Einmal ein cooler, cooler Ding. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich mag den Sound. Werdet ihr das? Das Knacken? Wunderschön. Also ich glaube, ich werde auch mal wieder die Sounds für alles lauter machen. So, über 70.000 haben wir schon. Versucht die First Stage halt wirklich mit einem Schuss hoch zu schießen. Und ihr auch gleich so einen guten Boost wie möglich zu geben. Die Stage hat eh viele Zündungen. Das ist der Vorteil. Ah, schau, wie gut die erste Stage alleine. Detaching. First Stage hat hier mit offiziell Verbindung unterbrochen. Jetzt sieht man nur auf einmal den Schatten. Dann sieht man diese riesigen Gebilde da hinten. Also das, der muss erstens in eine Separate Stage und bevor wir abdocken, gemacht werden am besten. Und ade Booster. Wir traveln jetzt mal über die Atmosphäre schnell drüber. 70.000. Wird gleich mal sagen, dass wir... Jetzt auch schon mal das hier detachen. Alles weg. Die Solarpaneele ausfahren für den Flug. Der hintere Pack ist wieder nur als Notfall gedacht. Habe ich eigentlich die Dinge befüllt? Oh, fuck. Die sind hier befüllt. Okay, nee, das werden wir schon irgendwie rauskriegen. Weil dann können wir die anderen Tanks als erstes probieren. So. Jetzt geht's zum Highspot. Hier vorspulen. Bye, bye, Körben. Weil rein theoretisch, wenn alles gut läuft, können wir diese Mission in Zukunft auch dafür verwenden, dass wir... Alter, wie schnell dreht sich das... Okay, heftig. Und dann ausfahren. Wir bringen uns jetzt mal schnell in den Stable Orbit. dass wir schön weit draußen schon sind. 300... Das hört sich gut an. Jetzt ist das Teil stabil schon mal. Das kann dann die Prozesse nachher starten. Das wusste ich gar nicht, dass ich das umschalten kann. Das macht es natürlich um einiges einfacher. Dann können wir... Und wenn wir natürlich alles herstellen können, wie Sauerstoff und alles, dann können wir wirklich eine selbst erstellende oder selbst erhaltende Station auch aufbauen. So, aber Leute, wir haben es jetzt im Orbit. Der Weg zu Minimus ist jetzt nicht mehr der weiteste. Und wir sind gut vorbereitet, um die ersten Tests durchzuführen in der nächsten Folge. Um dann die ersten Körbels auch hinzuschicken, um wieder die ersten Testlandungen, die ersten Besiedlungen vorzunehmen, dann andocken, Analyse-Systeme aufbauen, Mining-Systeme. Wir müssen ja viel und viel noch machen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Ciao!